Der Präsident des Fremdverkehrsverbandes ist hier gewesen. Er lässt dir sagen, er käme heute Abend noch einmal her. Er will mit dir alle Einzelheiten für den Beginn der neuen Reisesaison besprechen. Meinetwegen. Was gibt's noch? Hier, die neue Zeitung ist eben gekommen. Was schreiben Sie denn? Das Ungeheuer von Loch Ness ist während einer Ruderegatta zwischen den Rennbooten aufgetaucht. Von den Rudern erlitten einige einen Nervenzusammenbruch. Der alte Onkel ist immer noch gut in Form. Die Regierung unserer Grafschaft hat neue Feuerspritzen angeschafft. Diese hochmodernen Spritzen sollen viel wirksamer sein als die alten. Na, Hutu, Hutu, Puh! Aber Papa! Sei still! Wenn ich sowas lese, verliere ich die gute Laune und der ganze Tag ist mir verdorben. Es ist immer dasselbe mit dir. Du musst dich daran gewöhnen, dass wir nicht mehr im Mittelalter leben. Ein Drache legt keinen alten Hund hinterm Ofen vor. Du vergisst immer wieder, dass wir im Zeitalter der Flammenwerfer leben. Du musst lernen, modern zu denken. Grisou, fang nicht schon wieder damit an. Deine Schlagworte kann ich schon im Schlaf her sagen. Die Welt braucht kein Feuer. Die Welt von heute braucht Blumen. Ich lehne es ab, ein altmodischer Drache zu sein. Ich speihe kein Feuer. Ich werde Feuer werden, Mann. Glaubst du etwa, dein alter Vater versteht dich nicht? Vor 900 Jahren bin ich auch mal in deinem Alter gewesen. Auch ich habe damals gegen das Althergebrachte protestiert. Ist das wahr? Das kann ich mir bei dir nicht vorstellen. Du willst mir nicht glauben, dass ich auch mal jung gewesen bin? Dass du jung warst, will ich glauben, aber nicht, dass du gegen was protestiert hast. Das will ich dir beweisen. Auch aus den Erfahrungen anderer kann man etwas lernen. Als ich etwa in deinem Alter war, gehörte diese Gegend, die einst dem guten alten König Arthus so teuer war, der temperamentvollen Königin von den Türmen. Sie bewohnte die stolze Burg, die heute nur noch eine Ruine ist. Die schöne, aber jähzornige Königin ertrug die Gegenwart meines Vaters Zampironen nur unwillig. Er war ein tollkühner Drache, den nicht schrecken konnte auch eine noch so wütende Königin nicht. Mein Vater suchte sich von König Arthus' Tafelrunde die mutigsten Ritter aus. Ihnen brachte er bei, wie man bei Turnieren für König und Königin kämpft. Das waren noch Zeiten, du lieber Himmel. Alle Welt zitterte vor uns Drachen. Und dennoch, die Helden taten, die uns so viel Ruhm einbrachten, fingen an, mich schrecklich anzuwiedern. Schluss, sagte ich mir. Schluss mit allem, was die Tradition uns aufzwingen will. Ab heute widme ich mich nur noch dem Fortschritt weg mit den Talaren und dem Mie von tausend Jahren. Ich kämpfe für Gleichberechtigung, Recht und Freiheit. Mein Vater stimmte wie gewöhnlich unsere Drachenfamilienhymne an. Entsetzlich! Aufhören! 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 Ähm, nie wieder werde ich mich in diesem Spiegel sehen können. Nie wieder werde ich mich meiner Schönheit erfreuen. Denn dieser feuerspeinte Sänger hat meinen Spiegel zerbrochen. Kamala, wo bist du? Hier bin ich, königliche Hoheit. Wie kommt es eigentlich, dass der böse Drache noch am Leben ist? Ach, meine Königin, weil er groß und stark ist. Wisst ihr, dass Zampirone, der fürchterliche Drache, schon 30 eurer tapfersten Ritter ums Leben gebracht hat? Wenn er schon 30 getötet hat, dann kommt es auf den 31. auch nicht mehr an. Wer ist als Nächster an der Reihe? Der Nächste wäre Graf Skopertone von Martin Genjo. Er ist der berühmte Erfinder der grausamsten Kriegsgeräte. Ihr seid schon zur Stelle? Zu euren Diensten, ihr harbende Majestät. Graf Skopertone hat eine geniale Antidrachenmaschine erdacht. Das fürchterliche Gerät nennt er fliegende Sardine. Ich möchte von dir nicht wissen, was der Graf konstruiert hat. Ihr sollt mir den Kopf des singenden Drachen bringen, Skopertönchen. Das müssen wir doch tun. Ja? Siehst du, eines Tages wirst du wie ich ein gewaltiger Drache sein. Und dann wirst du, wie dein liebes Väterchen, Feuer speien. Durch diesen entsetzlichen Feuerstrahl wirst du all deinen Feinden überlegen sein. Papa, wenn ich groß bin, will ich lieber ein Feuerwehrmann werden. Was, ein Feuerwehrmann? Ich denke, mich trifft ein nasser Wasserstrahl. Du bist ein Drachenkind. Und wenn du erwachsen wirst, wirst du ein richtig großer Drachenmann sein, verstanden. Was? Dann am Merkwürdiges durch die Luft. Koppertone, Graf von Makengenjo, kommt zu dir und will dir Tod und Verderben bringen. Wie kannst du es wagen, im Gebiet des furchtbaren Drachen Zapirone in einer fliegenden Ölsatine herumzurudern? Ja, das ist dein Gebiet. Ich wage mich überall hin, denn ich bin ein mächtiger Reck. Keine Reck! Keine Reck! Hurra! Hurra! Es lebe die Feuerwehr! Es lebe die Feuerwehr! Au! Die Feuerwehr! Die Feuerwehr! Au! 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 Hurra! Oh weh! Welch ein Unglück! 31 Na ergibst du dich, du jämmerlicher Ritter? Was fällt dir ein, dir will ich helfen? Der Graf verfügt noch über viele Mittel. Tot allen Drachen! Die Feuerwehr ist da! Die Feuerwehr ist da! So eine Gemeinheit! Tot auch dem klitzekleinen Drachen! Was warst du zu sagen? Bleib stehen, du Feigling! Wo hat sich dieser löcherliche Zwerg versteckt? Ich werde die explodierende Feuerkugel gegen ihn schleudern! Sie wird ihn in Stücke reißen! Komm her und wehre dich, du Feigling! Da bin ich, du Drachenvieh! Was ist, ergibst du dich nun? Ein tapferer Ritter der Könige von Entschlungen ergibt sich nicht! Nie und immer mehr! Ah! Da bin ich! Ah! 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 Ruuuauauauauauauau! Was ist, du elender Wicht? Wirst du dich endlich ergeben? Ein tapferer Ritter ergibt sich nicht, aber der arme Skapatone tut es mitunter doch. Ha, das sind weise Worte, Herr Ritter. Die Königin von den Türmen wird ein saftiges Lösegeld für ihren armen Ritter zahlen müssen. Hurra, Papa, hurra, Papa, die Feuerwehr ist da! Der Drache Zampironi erkennt jedes Unglück mit Fassung, aber den Anblick eines entarteten Sohnes, der ist entsetzlicher als das Grässlichste auf der Welt. Du non sai quanto soffrit il tuo vecchio Genitor, il tuo vecchio Genitor. Papa, warum bist du denn da nicht Feuerwehrmann geworden? Das werde ich dir sagen. Dein Großvater war gerade für einen Augenblick weggegangen. Da hörte ich aus dem nahen Dorf ein fürchterliches Geschrei und die aufgeregte Unterhaltung vieler Menschen. Neugierig lief ich hinzu und sah, wie eine alte Frau verbrannt werden sollte. Hört das Feuer an! Um des Pelsenbubs Willen, ruft die Feuerwehr her! Ruf die Feuerwehr her! Ruf den Satan und alle Gehörnten herbei! Nichts wird dir helfen, denn du musst verbrennen! Der Satan hat ja nur das Höllenfeuer! Ruf die Feuerwehr her! Mir hilft jetzt nur noch die Feuerwehr! Wasser, Wasser! Hier bin ich schon, werte Dame! Die Feuerwehr ist da! Die Feuerwehr ist da! Ich werde da alles löschen! Ich werde alles löschen! Ah! Na? Oh! Ah! Damit hat sich meine Schuldlosigkeit erwiesen! Der Scheiterhaufen wird nicht mehr gebraucht! Was ist denn das für ein ungewöhnlicher Drache? Aber ich will doch kein Drache mehr sein! Ich bin ein Feuerwehrmann! Was? Ist das etwa einer von euren Leuten? Das ist ganz ausgeschossen! In unserer Feuerwache werden keine kleinen Drachen beschäftigt! Was fällt dir ein, Wasser auf den Scheiterhaufen zu gießen? Weißt du nicht, dass das verboten ist? Die Hexe sollte verbrannt werden! Wie kommst du auf die Idee, das Feuer zu löschen? Ich wollte doch nur... Du wagst es noch, dich herauszureden? Du bist ein Drache und hast dich hier wie ein Drache aufzuführen! Die Hexe... Du sollst nicht widersprechen, hast du verstanden? Jeder von uns hat die ihm vom Schicksal zugewiesene Aufgabe zu erfüllen! Aufgabe der Drachen ist, das Feuer anzufangen! Und die Feuerwehr hat die Pflicht, jegliches Feuer zu löschen! Wer sich dieser Lebensregel widersetzt, der stiftet nur Unruhe und stürzt alles in ein Chaos! Du bist ein Unruhestifter und Gesetzesbrecher! Jawohl! Was, ich? Das bist du! Für wahr! So ist es! Wenn die kleinen Drachen anfangen, Feuerwehr zu spielen, was soll denn dann aus den großen Rittersleuten werden? Das sind doch unhaltbare Zustände, meinst du nicht auch? Wenn es keine Drachen mehr gibt, gegen wen sollen wir dann die Waffen heben? Doch! Wer soll uns, arme Fräulein, dann entführen? Wenn ihr Drachen uns nicht entführt, dann wird uns kein minniglicher Ritter mehr erretten und wir müssten als Jungfräulein sterben! Und wen sollen wir Dichter besingen? Über wessen Heldentaten sollen wir in Zukunft unsere gewaltigen Reime verfassen? Sollen wir etwa zum Lobe der Feuerwehr dichten? Und was sollen wir zu unseren ungezogenen Kindern sagen, wenn sie widersprechen und wenn sie im Haus herumtreuen und nicht gehorchen wollen? Sollen wir vielleicht sagen, seid artig Kinder, sonst frisst euch der Feuerwehrmann! Was? Ich? Seit wann fress ich denn kleine Kinder? Verschwinde, du entartete Drache! Wir hier wollen mit dir nichts mehr zu tun haben! Ich habe doch nichts getan! Ich wollte der armen Frau doch nur helfen! Hast du nicht gehört? Du sollst verschwinden! Aber warum wollt ihr mich denn fortjagen? Geh weg! Aber ich... Ach du lieber Himmel, was habe ich getan? Was habe ich getan? Es ist mir doch nur so rausgefahren! Ein Drache! Ein Drache! Tatsächlich! Er ist ein Drache! Hilfe! Zur Hilfe! Der Drache will mich entführen! Warte, du feiger Verräter! Ich fordere dich zum Zweikampf! Oh, welch ein Thema! Gebt mir Papier! Dieses Werk soll mein Leben krönen! Ich verflüge, dass man in allen Kirchen des Landes Sturm läutet! Ja, siehst du, so bin ich in frühester Jugend zu folgender Überzeugung gekommen, um die Menschen glücklich zu machen, muss ein Drache verbrennen, er muss vernichten, er muss Schrecken verbreiten, wo es nur geht! Dieser wichtigen Erkenntnis bin ich immer gefolgt, ich bin dem Gesetz des Drachen gefolgt, solange ich lebe! Aber Papa, die Zeiten haben sich inzwischen geändert. Heute flößen wir Drachen niemanden mehr Angst ein. Wir sind nur noch als Lockmittel für die Werbung der Reisebüros zu verwenden. Und wir haben das Andenken-Geschäft. Im Mittelalter, da haben wir alles in Angst und Schrecken versetzt. Heute fürchten die Leute nur noch die Atombombe. Mag sein. Aber wir sind nun mal Drachen und werden es immer bleiben. Ob dir das nun gefällt oder auch nicht gefällt, ein Drache zu sein ist keine Schande! Wenn ich auch ein kleiner Drache bin, ich werde doch Feuerwehrmann! Ich? Ich werde doch Feuerwehrmann! Das ist leichter gesagt als getan. Aber wer wagt, der gewinnt. Auch wenn er nur ein kleiner Drache ist. Eines Tages werde ich zu meinem Vater zurückkommen und werde sagen, guten Tag lieber Drachenvater, jetzt bin ich ein Feuerwehrmann! Ach was! Man darf nur nicht die Geduld verlieren! Diesmal muss ich es schaffen. Diesmal muss ich ein Feuerwehrmann werden. Die Hauptsache ist, dass mir nicht wieder ein Feuerstrahl entfährt. Sir Cedric, ich bitte Sie, ich flehe Sie an. Lassen Sie mich Feuerwehrmann werden. Ja, Grisou, diesen Wunsch würde ich dir gerne füllen. Leider wird bei der Feuerwehr unserer Grafschaft zur Zeit niemand mehr gebraucht. Aber Grisou, wie lange willst du dich noch um einen Beruf bewerben, der deiner Natur so völlig widerspricht? Du bist und bleibst nun mal ein kleiner Drache. Vergiss nicht, was du schon alles angestellt hast. Willst du Sir Cedric immer noch mehr verärgern? Oh, ihr Sohn hat mich durchaus nicht verärgert. Er hat immer nur versucht, sein Bestes zu geben. Außerdem freuen wir uns, wenn wir die Möglichkeit haben, jungen Leuten zu helfen, die sich eine Zukunft aufbauen wollen. Zukunft, sagen Sie? Für Grisous Zukunft ist bestens gesorgt. Die Touristen kommen von weit her, um uns zu sehen und sich versengen zu lassen. Sehen Sie, das Verkehrsbüro der Grafschaft hat wieder einen günstigen Vertrag mit mir abgeschlossen, so ein Unsinn Feuerwehrmann werden zu wollen. Papa, ich will mich weiterentwickeln. Ich will auch am sozialen Fortschritt teilhaben. Ja, das weiß ich, Grisou, und ich habe auch volles Verständnis dafür. In kluger Voraussicht habe ich ein Empfehlungsschreiben verfasst, dass du dem Postdirektor der Grafschaft übergeben wirst. Postdirektor? Braucht dann die Post einen Feuerwehrmann? Ach, jetzt fängt er schon wieder damit an. Der Postzusteller. Die Post braucht junge Leute, die Briefe, Pakete und Geldsendungen austragen. Ach, und ich habe angenommen... Bedenke, Grisou, dass dann Drohbriefe und Bittschriften durch deine Hände gehen werden. Aufrufe und Verbote, Vertrauliches und privater Klatsch, Industrie und Bank und Staatsgeheimnisse. Was willst du noch mehr, Grisou? Naja, aber ich habe doch nun mal den Wunsch... Okay, Grisou, ich will hoffen, dass dein Vater und ich zufrieden mit dir sein werden. Selbstverständlich, ich tue, was sie wollen. Vielen Dank und auf ein baldiges Wiedersehen. Auf Wiedersehen, mein Kleiner. Der kleine Grisou ist wirklich ein guter Junge. Ein Juwel, ein ausgesprochenes Juwel. Auf Wiedersehen, Fumé. Wiedersehen und herzlichen Dank. Keine Ursache, gern geschehen. Diesmal werde ich auf den guten Jungen aufpassen und ihn nicht wieder allein lassen. Es ist die Pflicht eines Vaters, sein Kind vor Unheil zu schützen. Kein Wunder, dass ihm nichts gelingen will, er weiß ja noch nichts von der Welt. Diesmal, Grisou, werde ich wie ein Schutzengel über dir wachen und werde dir zur Seite stehen. Hier ist noch ein Karren voller Briefe und Postkarten, die abgestempelt werden müssen. Wird erledigt. Der kleine Drache arbeitet gut. An einem Tag hat er mehr Briefe abgestempelt, als diese vier Schlafmützen in einem Monat geschafft haben. Nur hoffentlich hält dieser Arbeitseifer vor. Dann schafft er in 24 Stunden, was von den anderen in dem Monat versäumt worden ist. Mein kleiner Grisou, wenn er sich immer so weiter plagen muss, dann wird er sicher krank werden. Pause! In der Kantine gibt es Tee. Das kommt mir wie gerufen. Weg mit diesem riesigen Papierhaufen. Und jetzt nichts, wir verschwinden auf und davon. Wiedersehen! Papa, die Post ist da. Grisou, was führt dich denn in unsere Gegend? Arbeitest du nicht mehr in der Briefabstempelabteilung? Nein, ein plötzlich ausbrechendes Feuer hat alle Briefe vernichtet. Zum Glück waren alle Angestellten beim Tee trinken. Gott sei Dank, mein Kleiner. Und was für eine Arbeit hast du jetzt? Der Postdirektor hat mich zur Probe für den Zustelldienst eingeteilt. Zuerst muss ich zwei Ansichtskarten abliefern. Die eine auf dem Gipfel des Gletscherberges und die zweite bringe ich zum Leuchtturm der Möweninsel. Da sollen mich doch diese und jene. Wie willst du mit dem Fahrrad auf einen Gipfel und auf eine Insel kommen? Das ist wahr. Aber dafür habe ich ein aufblasbares Gummiboot und zwei Schneereifen erhalten. Wiedersehen! Wiedersehen! Was? Die sind doch wohl wahnsinnig, muten ihm eine Kletterpartie über Eis und Schnee zu und lassen ihn bei Windstärke 8 über das Wasser rudern, nur wegen der zwei Ansichtskarten. Da scheint es mir wohl besser, ich lasse ihn nicht aus den Augen. Es ist nicht zu glauben, ganz erstaunlich. Seit einem Monat besteigt Gesù täglich den 3000 Meter hohen Berg. Und das, um eine Ansichtskarte zuzustellen. Und am gleichen Tag kämpft er gegen Wellen und Wasserhosen und beim Leuchtturm eine weitere Karte abzugeben. Ungeheure Leistung. Wer könnte sonst von sich sagen, dass er einen so tüchtigen Zusteller hat? Endlich habe ich es geschafft. Hurra, hurra, die Post ist da! Na hör mal, wie kannst du mich so lange warten lassen? Das dauert ja eine Ewigkeit! Dort drüben ist eine Lawine niedergegangen. Immer wieder diese faulen Ausreden! Ihr jungen Leute habt nur keine Lust zur Arbeit! Gib die Karte her! Was? Er hat den Läufer von C7 auf den 9 gesetzt. Donnerwetter! Warte hier einen Aufschick! Ah, jetzt habe ich es begriffen. Der Einsiedler und der Leuchtturmwärter spielen miteinander per Postkarte Schach. Hier hast du meine Antwort. Du musst dich so schnell es geht zum Leuchtturm bringen. Also beeile dich, sonst werde ich mich bei der Postdirektion beschweren. Ja, mein Herr, ich laufe, was ich kann. Ha, ha, ha! Durch diesen raffinierten Zug hat er seine Dame verloren. Dieser jämmerliche Kreis wegen seiner dummen Schachpartie muss mein armer Junge bis zur Erschöpfung Berge steigen und rudern. Den werde ich mal tüchtig einheizen. Das hat er nun davon. Und nun nichts wie weg. Ha, 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 Flix! Das konnte nur geschehen, weil zu viel Ruß im Kopf sein war. Und wer ist schuld? Dieser faule Schrankzellfeger! Ich weiß nicht warum, aber heute geht es wie geschmiert so. Schnell bin ich noch nie vorangekommen. So, ich bin da. Hurra, die Post ist da! Ach, da bist du ja schon. Gib mir schnell die Karte her. Läufer von C7 nach D9. Warte einen Augenblick. Warten? Du brauchst nicht mehr lange zu warten. Diese Schachpartie wird keine Fortsetzung finden. Meine Antwort. Und nun mach, dass du wegkommst. Los, beeile dich! Ich eile. Auf Wiedersehen! Aha, er bildet sich ein, ich müsse meine Dame opfern. Pass auf, mein Freund, du wirst dich wundern. Aha, sicher wird er jetzt ganz schön ins Schwitzen kommen. Du wirst gleich sehen, wer ins Schwitzen kommt. Und nun schnell weg! Das kommt davon, wenn man das Leuchtfeuer mit Petroleum betreibt. In Zukunft wirst du jetzt mit Gas betrieben. Na hören Sie, lieber Freund, das ist doch eine Kleinigkeit für mich gewesen, den Leuchtturm und die alte Hütte zu verbrennen. Auf jeden Fall habe ich ja reich, dass Grisou jetzt an anderer Stelle tätig ist. Das haben Sie wirklich gut gemacht. Unser armer Grisou, wenn Sie ihm nicht geholfen hätten, wäre er wahrscheinlich zugrunde gegangen. Ach, da kommt ja unser braver Postzusteller. Mein armer Grisou, warum hingst du denn so schrecklich? Meine Füße tun mir so unsetzlich weh. Ich bin schon seit zwölf Stunden unterwegs, um alle Briefe und Postkarten loszuwerden. Du meine Güte, warum gehst du denn zu Fuß? Als Drache hast du doch Flügel. Das verstehe ich wirklich nicht. Finde ich auch. Das geht nicht, das wäre ja gegen die Vorschrift. Und das ist streng verboten, dann würde ich die Briefe als Luftpostbriefe befördern. Dafür ist aber viel zu wenig Porto aufgeklebt worden. Na wenn schon, das braucht doch nicht deine Sorge zu sein. Natürlich ist es das nicht, aber du wirst doch verstehen, dass das nun mal nicht geht. Was ich dir noch sagen wollte, meine Vorgesetzten sind mit meiner Arbeit sehr zufrieden. Als Belohnung haben sie mir vorgeschlagen, ich soll das Postflugzeug zur Hauptstadt fliegen. Vor 75 Jahren ist das erste Postflugzeug gestartet. Und jetzt soll ich der Pilot des Jubiläumsfluges sein. Donnerwetter. Das verstehe ich nicht. Warum nehmen sie ausgerechnet dich, wo sie doch so viele gut ausgebildete Piloten zur Verfügung haben? Oje, Papa, du fragst immer nur warum und wieso. Sie wollen mich damit für meine Tüchtigkeit belohnen. Wenn ich diesen Auftrag erfolgreich ausführe, dann werde ich in die Abteilung für Sonderaufgaben versetzt. Außerdem werde ich dann befördert und kriege eine Gehaltszulage. Ich komme schon ins Schwitzen, wenn ich dir nur zuhöre. Mach's gut, Papa. Und auf Wiedersehen, Freund Drossel. Ach, bevor ich's vergesse, hier ist deine Zeitung, Papa. Mach's gut, Grisou. Leb wohl. Was für ein aufgeweckter Junge. Drossel, nun sehen Sie sich das an. Was denn? Was soll ich mir ansehen? Das ist ja ein Foto von einem uralten Flugzeug. Wissen Sie, was hier steht? Auf dem Jubiläumsflug wird die Post von einem Flugzeug befördert, das sonst im Postmuseum steht. Und das im Jahr 1900 in Dienst gestellt worden ist. Jetzt verstehe ich, warum man mit diesem Flug keinen richtigen Piloten betrauen will. Ach, mein armer Grisou, das ist ja lebensgefährlich, was dir dazu gemutet wird. Sicher werden sich die Piloten geweigert haben, in dieser alten Kiste aus Leinwand, Sperrholz und Draht zu fliegen. Ich darf keine Zeit verlieren. Guten Flug, Grisou. Ich wünsche dir Hals und Beinbruch. Und hier ist der Sack mit den Luftpostbriefen. Einen dieser Briefe wirst du dem Minister für Fernmeldewesen übergeben, der dich auf dem Flugplatz der Hauptstadt erwartet. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Achtung, anwerfen. Ach, Herr G., der arme Junge. Der Himmel möge ihm gnädig sein. Das tut einem weh, das mit ansehen zu müssen. Auf Wiedersehen, meine Herren. Auf Wiedersehen. Guten Flug. Kommt uns wieder. Da ist er. Ich muss ihn einholen. Grisou. Grisou. Ach, Papa. Steig aus der Kiste aus. Verlass das gefährliche Ding, solange es doch möglich ist. Was, ich soll aus meinem Flugzeug aussteigen? Du scheinst nicht zu wissen, dass die Post immer pünktlich zugestellt werden muss. Und du weißt wohl nicht, dass man nur einmal lebt. Aber, Papa, wenn ich es schon bis hierhin geschafft habe... Das verdankst du nur mir. Wenn ich den Haufen Briefe, die Berghütte und den Leuchtturm nicht angezündet hätte, würdest du jetzt in einem Krankenhausbett liegen. Vorwärts, häng dir meinen Schwanz an und lass das Ding sausen. Was? Ich soll das Flugzeug sausen lassen? Nein. Das tue ich nicht. Das tue ich nicht. Was will der Düsenjäger? Er darf nicht zu dicht rankommen. Was tust du hier? Verschwinde. Ein Drache. Hilfe. Wer stört dich nicht mehr? Na los, Rizou, steig aus. Nein. Hör doch, Junge. Papa, Papa, warum willst du denn nicht einsehen, dass das nicht geht? Oh, du bringst mich nur zur Verzweiflung. Ich erlaube nicht, dass du dein Leben aufs Spiel setzt. Ach, Papa, lass mich doch endlich in Ruhe. Ich bitte dich, ich flehe dich an. Wie? Ich bitte dich. Ich danke dir für alles, was du für mich getan hast. Aber du darfst mich nicht zur Verzweiflung bringen. Mach, was du willst. Einem Dickkopf wie dir kann man nicht helfen. Wer dich hören will, muss fühlen. Du hast recht. Aber ich werde es schon schaffen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ach, der liebe Papa. Oh, unter mir liegt ja schon der Flugplatz der Hauptstadt. Da, Herr Minister, sehen Sie, sehen Sie nur. Ah, der tapfere Grisou hat es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich habe es ge... Oh Gott. Oh, dieser verflixte Feuerstrahl. Dieser verflixte Feuerstrahl. Dieser verflixte Feuerstrahl. Das Flugzeug ist brennend abgestürzt und auf der Erde zerschellt. Trösten Sie sich, lieber Fumi. Eines Tages hat es ja mal geschehen müssen. Hören Sie auf zu weinen. Sie haben sich in dieser Sache nichts vorzuwerfen. Sicher, aber ich hätte ihn nicht allein lassen dürfen. Ach, wie entsetzlich. Aber Fumi, Ihnen kann man wirklich keinen Vorwurf machen. Ach, wer kommt denn da geflogen? Das ist er. Du bist da. Du bist da. Papa. Ach, mein Junge, mein Junge, mein Junge. Herzlich willkommen, Grisou. Herzlich willkommen, mein Junge. Glauben Sie mir, ich habe es nicht absichtlich getan. Das haben wir auch nicht angenommen. Immer wenn ich mich aufrege, entwisch mir dieser verflixte Feuerstrahl. Schadet ja nichts. Dafür bist du eben ein Drache. Ich habe es bestimmt nicht gewollt. Versuche nicht mehr daran zu denken. Was soll ich denn nur dagegen tun? Da kann ich dir nur raten. Verlass nie wieder deinen Vater. Aber Papa, du weißt doch, ich möchte Feuerwehrmann werden. Hast du das gehört? Ich kann es nicht mehr hören. Ich werde doch verrückt. Ach, Papa, lass mich doch Feuerwehrmann werden. Komm, wir gehen. Das würde ich zu gern werden. Hör auf, nie wirst du das werden. Ein Feuerwehrmann. Hör doch auf, sei endlich still. Das war's. Hölich quell. Untertitelung des ZDF, 2020